Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier auf Tessi Supply. Heute unter anderem mit dem Thema Exporte, Zulassungen in China. Wir blicken auf das Event im August und es geht auch um den Energiesektor. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da. Sehr, sehr viele Leute von euch haben nämlich noch gar nicht abonniert. Für diejenigen, die es schon gemacht haben, ein großes Dankeschön. Also ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen. Und wir beginnen gleich mal mit dem Thema China. Der Export von Autos aus China hat so stark zugenommen, dass China ja seit 2023 der größte Exporteur weltweit ist. Man hat Japan überholt und Deutschland ist schon bei weitem nicht mehr auf dem Niveau, auf dem man mal noch bei 2019 war. Da war man nämlich noch knapp hinter Japan, fast die Nummer eins. In den Jahren davor war man der größte Exporteur. Das ist aber etwas, was der Vergangenheit angehört. Man ist hier wirklich weit entfernt von den Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019. Was bedeutet das? Der Druck auf China wird größer, weil man möchte natürlich in der EU sich jetzt dann davor schützen. Wir hatten ja das Thema Zölle bereits und somit versucht man jetzt dann, den europäischen Markt zu schützen. Ob das richtig ist, ob das für den Kunden die richtige Form von Schutz ist, das ist jetzt mal dahingestellt. Man sieht aber auf jeden Fall, warum man es versucht. Dann blicken wir einmal auf die Zulassungszahlen von Tesla in China. 11.400 Fahrzeuge ist ein sehr gutes Resultat. Vor allem, weil es sich ja um die zweite Woche jetzt handelt in diesem Quartal. Und es ist ja erst der erste Teil des Quartals, also der erste Monat. Und das ist schon ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Wenn man sich das jetzt im Vergleich zum letzten Jahr anschaut. Ich hatte ja über die letzten Monate öfters euch schon gezeigt, wie die Entwicklung ist. So war es in den Wochen 14, 15, 16 doch sehr, sehr schlecht. Der Abstand wurde immer größer. Inzwischen ist es so, dass man immer näher an das Resultat vom letzten Jahr kommt. Das ist eben halt auch das Jahr 2024. In diesem Moment geht es darum, erstmal die Ergebnisse vom letzten Jahr wieder zu erreichen. Wenn am Ende tatsächlich noch ein leichtes Plus ist, kann man da zufrieden sein. Ich hatte euch ja auch schon mal geteilt, dass es viele andere Unternehmen gibt, die weit davon entfernt sind, die Zahlen vom letzten Jahr zu erreichen. Auch BYD hatte ja zwischenzeitlich jetzt wieder in diesem Jahr Probleme. Und Tesla hält sich da noch relativ gut. Es ist natürlich nur über den Preis möglich. Und da hat man ja bereits viel gemacht in diesem Jahr. Schauen wir uns nochmal den deutschen Markt an. Wer kauft eigentlich die Elektroautos von Tesla? Üblicherweise oben in blau. Und die ganze Arbeit hier von diesen Statistiken geht übrigens an AJ auf X. Der macht das wirklich sehr, sehr gut anhand der offiziellen Zahlen. Und da siehst du, dass 86% der Leute im normalen Automarkt, die ein Fahrzeug kaufen, Business-Kunden sind. Bei Tesla sind es nur 41%. Es waren mal mehr, auch am Anfang des Jahres. Aber 41% sind relativ wenige. Bedeutet, Tesla ist sehr beliebt bei privaten Käufern. Das ist etwas, was man immer nicht vergessen darf. Auch, weil Tesla im Business-Geschäft wirklich noch nicht so gut aufgestellt ist wie die deutschen Autobauer. Aber da seht ihr nochmal den Unterschied. Dann gab es von Elon Musk noch einen Kommentar zu dem Event. Es sollte ja im August ein Event stattfinden. Das wird jetzt verschoben. Es gibt noch kein neues Datum. Es soll hier wohl nochmal Änderungen am Design geben. Außerdem könnten auch noch weitere Produkte oder technische Sachen vorgestellt werden. Was das genau wird. Ob es dann vielleicht die finale Vorstellung des Roadsters vielleicht ist. Denn der fehlt ja noch. Der Cybertruck wird ja bereits erfolgreich produziert. Auch der elektrische LKW ist bereits Stück für Stück mit sehr, sehr niedrigen Kaufzahlen natürlich auf dem Weg zu Kunden. Also da fehlt jetzt noch der Roadster. Neues Produkt vorstellen. Vielleicht gibt es auch zwei neue Produkte. Das wäre ja auch cool. Ein Tesla-Van zum Beispiel. Dann gibt es noch erfolgreiche Nachrichten vom Energiegeschäft. Denn da hat Tesla innerhalb von zwei Wochen ein Auftragsvolumen von 800 Millionen Dollar an Land gezogen. Und man sieht einfach, wie schnell der Energiesektor wächst. Und vor allem in diesem Jahr mit dem fast vorhandenen Stillstand, über den ich am Anfang des Videos gesprochen habe, Wenn es um die Autoverkäufe geht, wird es natürlich jetzt immer wichtiger, dass auch der Energiesektor weiter wächst. Und der wächst. Und das haben wir spätestens im letzten Quartal gemerkt. Also da geht es in die richtige Richtung. Und wir können jetzt mal gespannt sein, wie schnell im nächsten Jahr dann auch der Energiesektor immer weiter oder Marktanteile innerhalb des Unternehmens sich dann für sich beansprucht. Ob es der Anteil der Profite ist und auch der Umsätze. Denn ich glaube nicht, dass im nächsten Jahr Tesla um 100 Prozent wachsen wird. Der Energiesektor wird es vielleicht sogar schaffen. Und damit wird der Energiesektor immer wichtiger für Tesla, wenn es um den Umsatz, aber auch um die Profite geht. Dann noch eine schlechte Nachricht. YouTube Music. Wir haben uns alle darüber gefreut, 2024.26 wird nicht kommen mit YouTube Music. Es wird sich dann wohl verspäten. Es wird dann in einer neuen Version nochmal ausgerollt werden. Also in 2024.26 und dann einer Zahl, die wir noch nicht haben, sollte sehr wahrscheinlich dann YouTube Music kommen. Also das nochmal als Update zum letzten Software-Update, wo ich ein Video zu gemacht hatte. Ja, das Thema Energiesektor ist etwas Positives für die Tesla-Aktie. Außerdem gab es natürlich Positives auch zum Thema autonomes Fahren. In den letzten Monaten haben wir ja auch immer mehr gute Nachrichten gehabt. Dann natürlich das Thema Roboter, wo man ja auch immer besser vorankommt. Und das hat natürlich die Aktie angetrieben. Wie ich bereits aber auch am Montag gesagt hatte, hatte auch der Anschlag auf Trump dafür gesorgt, dass man jetzt natürlich allgemein an der Börse einen Aufwind gespürt hat, weil viele jetzt glauben, dass Trump gewinnen wird und er die Börsen noch weiter entfesseln wird durch weniger Regularien. Und das hat natürlich auch der Tesla-Aktie geholfen. Inzwischen sieht der Aufwärtstrend doch sehr, sehr gut aus. Es ist aber nicht nur das Politische, sondern es sind auch die Fundamentaldaten, die immer besser sind, weil es viele Dinge gibt, die sehr, sehr gut in die richtige Richtung gehen, unabhängig vom Autosektor, wo ich ja bereits meinte jetzt auch, dass das Jahr 2024 eher eine Konsolidierungsphase sein wird. Dann noch ein kleines Update zu Italien. Da gab es ja die große Förderung. Die ist jetzt weg und man sieht es auch an den Zulassungszahlen. Schwupps ist der, ja, der Verkaufsboom ist vorbei. Es wurden jetzt entsprechend diese ganzen Fahrzeuge zugelassen und jetzt kommt man wieder in der Realität an. Ein gutes Beispiel seht ihr jetzt aber auch, dass viele Verkäufe vorgezogen worden sind, die vielleicht jetzt normalerweise stattgefunden hätten und somit sind die Verkäufe extra niedrig. Das ist ja schon wieder etwas, was uns an die Förderung von uns in Deutschland erinnert, die Ende des Jahres ausgelaufen ist und dann sind die erstmal richtig eingebrochen und dann kommt Stück für Stück der Kaufwille wieder, wo die Preise gesunken sind und das sehen wir ja jetzt auch allgemein im Markt, dass immer besser jetzt auch wieder Elektroautos verkauft werden. Also eine Stabilisierung in Italien ist zu erwarten. Das wollte ich euch nochmal als Update geben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Bis dann und Tschüss!